servus zusammen herzlich willkommen zurück zu transport fever auf der münchen karte die themen der heutigen folge flughafenplanung und das was jetzt genau im bild ist parkplätze die sind nämlich jetzt frei verfügbar jansch hat das ding für transport fever portiert beziehungsweise umgebaut und erweitert wunderbare geschichte falls ihr das noch nicht mitbekommen habt ich werde kurz darauf eingehen die entstehung dieses kleinen parkbereichs gibt es jetzt gleich auch direkt in einer kleinen bastelzeit raffa man sieht ja hier an der stelle ist es mir doch ziemlich gut gelungen das ganze wirklich schön rechtwinklig alles schön im 90 grad winkel hier anzulegen wie ich das getan habe das bekommt ihr direkt zu sehen und weitere themen der folge sind flughafenplanung ich habe ein bisschen weiter gebastelt und ich bin wirklich mega unzufrieden mit meiner s-bahn station hier deswegen also ich habe da so ein paar ideen und wäre wirklich dankbar über ein bisschen feedback diesbezüglich aber erst mal die bastelzeit raffa und dann gibt es den rest dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die kann man sich halt schön hochskalieren, dass die einfach richtig groß werden. Und was Besseres ist mir hier echt noch nicht eingefallen. Ich meine, perfekt ist das nicht. Weit davon entfernt. Ein Flieger wird niemals durch so ein Tor passen, brauche ich nicht dazu sagen. Und aber, ja gut, für das Gesamtbild würde ich mal sagen, ist das schon eine passable Lösung. Was natürlich extrem cool wäre, wäre so diesen Hangar hier, dieses Depot sozusagen, das als Asset zu bekommen. Idealerweise ohne Kollision zu haben. Und dann könnte man sich halt so einen Bereich hier wunderbar hinzimmern. Aber mal schauen, vielleicht findet sich ja niemand, ich weiß gar nicht, ob das machbar ist. Super Paul hatte ja schon die ganzen Assets zur Verfügung gestellt. Eben diese Zäune, die ich hier schon gesetzt habe außenrum. Diese Zäune, die sind auch frei verfügbar als Assets. Diese Gepäckwägen hier, die Windsäcke, die Beleuchtungen und der ganze Kram. Das ist dank Super Paul alles verfügbar. Aber eben leider nicht das Depot, beziehungsweise der Hangar. Wenn ich daran denke, dann schreibe ich ihn einfach direkt nochmal an. Vielleicht kann er es ja umsetzen. Also das wäre wirklich noch eine ganz, ganz coole Geschichte. Ansonsten habe ich hier so ein bisschen weitergearbeitet, quasi Einkaufsmöglichkeiten geschaffen. Das wird halt so quasi das Flughafeneinkaufszentrum, werde ich auch noch ein bisschen ausbauen und selbstverständlich dekorieren. Hier hatte ich mir überlegt, vielleicht Taxistände anzulegen und auch irgendwie eine Buslinie durchlaufen zu lassen. Ich denke, das ist keine so schlechte Idee. Hier drüben habe ich erstmal so ein Straßenfahrzeugdepot reingeklebt. Macht ja unter Umständen auch Sinn. Und hier drüben habe ich jetzt nur mal den kompletten Flughafen. Ist mir aufgefallen, man kann das Zeug ja anmalen. Also mit der Paintbrush-Mod funktioniert das wunderbar. Das habe ich jetzt hier quasi mal betoniert, das ganze Ding. Gefällt mir deutlich besser. Das einzige Problem ist halt, da darf man sich echt nicht verbasteln, so wie hier, weil man kriegt die Texturen halt hier nicht mehr raus. Wenn ich im Abrissmodus bin, dann wird er mir halt einfach nur das ganze Ding abreißen. Also ich komme hier einfach nicht mehr hin. Und normalerweise die Texturen, man kriegt die ja schon wieder weg, wenn man mal irgendwie rumgekleckert hat. Man muss halt nur diesen Sweet Spot, so nenne ich das jetzt mal, finden. So wie hier, zack, dann kann man das schon wieder wegreißen. Aber natürlich innerhalb dieses Geländes keine Chance. Deswegen mit Vorsicht zu genießen. Save early, save offen und dann passt das schon. Aber ich finde es deutlich besser, wenn das alles komplett mit Beton quasi ausgegossen ist. Also zum Vergleich hier drüben. Mit der grünen Textur im Hintergrund gefällt mir nicht so wirklich gut. Hier habe ich ein bisschen mit der Idee rumgespielt, die Start- und Landebahn ein bisschen per Textur zu erweitern. Ja, weiß noch nicht genau, wie mir das gut gefällt. Mal schauen, wie es kommt, wenn ich es bis hier rausziehe zum Beispiel. Aber generell, das hier, die Lösung gefällt mir bislang am besten. So, okay, dann kommen wir mal zum entscheidenden Part. Was ich mir aktuell überlegt habe, und das ist mein aktueller Plan. Die Realität sieht wie folgt aus. Im Jahr 2017, in dem wir uns ja nun mal befinden, ist die ganze S-Bahn-Station halt unterirdisch. Und hier oben drüber ist halt alles voll gebaut. Irgendwie mit Terminals, mit, keine Ahnung, Einkaufsmöglichkeiten. Und dralala, was halt so alles auf so einem Flughafen unterwegs ist. Und ich habe halt das versucht, halt irgendwie darzustellen, indem ich das alles mühsam hier irgendwie eingemauert habe. Mit Joe Freed's Industriepark-Mod. Das Ganze mit so Betonplatten ausgekleidet. War eine Heidenarbeit. Und wenn man mal hier mal reinschaut, ich habe hier aus Versehen, habe ich so ein Ding abgerissen. Passt eigentlich ganz gut rein. Das ist halt überhaupt nicht zufriedenstellend. Und welchen Nutzen habe ich davon? Ich kann ja hier nicht filmen. Okay, eine Idee habe ich von TrainGamer gesehen und werde das auch in der Zukunft auf jeden Fall nutzen. Auf jeden Fall für die Bewegtbilder-Serie. Ich kann ja das Camera-Tool einfach so verwenden und dann hier einfach filmen. Das passt schon. Das kann man schon machen. Man kann auch die Brennweiten verändern und so. Da kriegt man halt supergeile Perspektiven weg. Zum Schluss der Folge nochmal kurz darauf eingehen. Aber wie dem auch sei. Also das ist halt nicht zufriedenstellend. Was habe ich von solchen Bildern? Also, mei, die S-Bahn fährt da durch die Gegend. Ich kann das natürlich alles noch wunderbar ausdekorieren, aber so ein unterirdischer Bahnhof. Nee, danke. Also echt nicht mein Fall. Wenn ihr das anders seht, kloppt mir das gerne in die Kommentare. Würde mich total interessieren, ob ihr diese Lösung gut findet. Aber ich finde sie echt... Also, nee, kann ich nicht durchwenken. Das kommt mir nicht durch die Endkontrolle, Leute. Nee, überhaupt nicht. Deswegen, meine Alternative wäre, das Ganze einfach oberirdisch zu verlegen. Alles hier wieder wegreißen. Kein Problem. Nehme ich gerne auf mich, die extra Arbeit. Und das Ganze halt oberirdisch zu verlegen. Und hier dann einfach einen schönen Bahnhof, in den man filmen kann. Na, der hier wird sogar ganz gut passen, so einem modernen Flughafengelände. Muss ich mal schauen. Jetzt zwei von derselben Sorte hier so nah zusammen zu haben. Aber mal schauen. Also, die Bahnhofsauswahl ist ja jetzt erstmal nicht primär. Das Problem, was ich habe. Sondern, ja, wie gesagt, also das wäre halt jetzt mein Ansatz, das Ganze oberirdisch zu lösen. Und dann habe ich tatsächlich vor ein paar Tagen erst zufällig in der Zeitung gelesen, dass die sogenannte der Erdinger Ringschluss scheinbar inzwischen beschlossene Sache ist. Der Erdinger Ringschluss, das bedeutet, dass der Flughafen an Erding angeschlossen wird. Das passt wunderbar rein, geografisch vor allem, weil Erding, das wird hier drüben entstehen. Das ist bei mir Erding, kann man gleich mal umbenennen. Und das soll eben direkten Anschluss an den Flughafen München bekommen. Das heißt, die Strecke hier einfach noch umbiegen und hier eine S-Bahn rüberfahren lassen. Und ich habe den Gedanken ein bisschen weiter gesponnen. Es gibt einen Wikipedia-Artikel zu diesem Erdinger Ringschluss. Und da steht halt auch drin, dass langfristig, ich habe da jetzt keine Jahreszahlen im Kopf, aber langfristig ist es wohl schon so geplant, dass eben am Flughafen München nicht nur die S-Bahn verkehren soll. Aktuell wird die ja nur von zwei S-Bahn-Linien bedient. Aber da soll auch Regionalverkehr hinfahren und möglicherweise sogar Fernverkehr. Irgendwann mal in ferner Zukunft. Okay, die Karte befindet sich aktuell im Jahr 2051. Also das passt, das kann ich mir gönnen sozusagen. Das ist total in Ordnung, finde ich. Und eben, wie gesagt, das ganze Ding wegreißen und dann eben möglicherweise tatsächlich ein bisschen größeren Bahnhof hier sogar hinflanschen. Viergleisig hatte ich mir mal überlegt und tatsächlich noch ein bisschen Regionalverkehr hier hinfahren lassen. Zusätzlich zu den zwei S-Bahn-Linien, die ich jetzt eh schon habe, hat auch noch den angenehmen Nebeneffekt. Ich habe einfach noch mehr Optionen dadurch. Bislang habe ich zum Beispiel eine ganz kurze S-Bahn-Linie von hier, von Neufahren. Müsste das sein? Was ist denn der verdammte Bahnhof? Ah, hier. Neufahren, genau. Verkehrt tatsächlich eine S-Bahn-Linie nur zwischen Neufahren und dem Münchner Flughafen. Weil es anders war, das nicht zu lösen. Sonst verstopft mir hier einfach alles. Wenn ich hier noch eine Linie mit drauf packe, in der Ecke. Das funktioniert einfach nicht. Und hier hatte ich halt dann die Option, wenn ich das tatsächlich hier mit dem Bahnhof Erding verbinde, dass ich dann halt eine Rundlinie machen kann. Also tatsächlich dann über hier runter, München-Ost, möglicherweise sogar über die Stammstrecke am Hauptbahnhof und dann vielleicht sogar irgendwo vor Parsing schon abzweigen. Möglicherweise unterirdisch, ich weiß es noch nicht, aber da wird mir eine Lösung einfallen und dann halt tatsächlich so eine Flughafen-Ringlinie erschaffen, wo ich dann vielleicht sogar auch ein bisschen Regionalverkehr drauf schicken kann. Mit irgendwie flotteren Triebwägen oder dergleichen. Das weißt du noch nicht. Das sind ja Überlegungen, die mache ich mir dann ganz zum Schluss. Aber ganz generell, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, was haltet ihr von der Idee, das Ganze oberirdisch zu lösen? Ich fände es auf jeden Fall schöner anzusehen. Definitiv, das wird mir viel besser gelingen. Und dann eben dieser Gedankengang vom Erdinger Ringschluss und dann aber vor allem das Ganze noch ein bisschen sozusagen abzugraden und den Flughafen München auch mit Regionalverkehr und möglicherweise sogar ein bisschen Fernverkehr zu bedienen. Das sind so aktuell meine Gedanken zum Flughafen München. Und ja, ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Gut, dann zum Abschluss der Folge. Camera Tool hatte ich vorhin mal angesprochen. Da bin ich nämlich tatsächlich, also ich habe das ja schon öfter mal ausprobiert, aber mir war das halt bislang zu mühsam, wenn man, ach jetzt hängt das hier drin, wenn man diese Kamerafahrten halt jedes Mal vorher planen muss und eben diesen, ja, die Kamerafahrten halt vorplanen und den Weg der Kamera festlegen und so weiter und dann werden die Dateien riesig und mir war es bislang zu mühsam. Ich möchte das natürlich schon alles noch verwenden und auch entsprechend, so wie es gedacht ist, eigentlich von Urban Games umsetzen. Allerdings erst, wenn alles wirklich fertig ist und dann mal so ein richtig ausgedehntes Ding machen und dann ist es mir auch egal, wenn es ein paar hundert Gigabyte groß ist, das Video, dann das passt schon, aber halt wirklich erst ganz zum Schluss. Allerdings, wie gesagt, bei Train Gamer habe ich es gesehen, der hat das Ding einfach mal ausgepackt und hat einfach drauf losgefilmt. Also das funktioniert natürlich genauso. Ich bin einfach noch nie drauf gekommen. Das ist die naheliegendste Lösung. Ganz, ganz simple Nummer eigentlich, aber ich bin einfach nicht drauf gekommen. Der große Vorteil ist natürlich jetzt hier die Brennweite. Ich kann den Winkel hier verändern, ich kann reinzoomen und ich kann richtig weit reinzoomen, hier 400 Millimeter, damit man auch schön mal die ganzen Details sieht und was mir persönlich auch extrem gut gefällt, ach hier, kleine Anmerkung, ich glaube von Peugeot Racer kam es. Ich habe die Rampe hier nochmal ein bisschen überarbeitet, dass hier nicht so eine Sprungschanze drin ist. Da ist nur ganz kurz am Rande angemerkt. Was mir extrem gut gefällt, man kann halt ganz andere Perspektiven einfangen. Also wenn man das mal vergleicht, wenn man das Tool nochmal aus, würde mir so niemals gelingen. Und das sieht natürlich auch deutlich schlechter aus. Aber ich komme einfach, also weiter runter komme ich nicht zum Beispiel. Ich kann die Kamera auch zum Beispiel jetzt nicht weiter hochdrehen. Ich kann, also mir werden ganz andere Perspektiven gelingen. Oder zum Beispiel hier auch so Brücken, was ich ja ganz gerne mache, immer so eine Brücke im Vordergrund haben zum Beispiel und hier zu filmen, den richtigen Winkel hier jedes Mal zu filmen, zu finden, das ist auch nicht so einfach. Bei der Brücke funktioniert es jetzt einigermaßen, aber manchmal ist es wirklich nicht zufriedenstellend. Ich muss mich da aber auch noch ein bisschen mit zurechtfinden, mit dem Ding, dass es jetzt hier wieder landet. So, zurück an der Brücke. Also, was ich eigentlich sagen wollte, eben Kamerawinkel und die Perspektiven, die mir sonst einfach nicht gelingen würden. Na, ihr seht schon, ich habe hier einfach quasi freie Hand. Ich kann hier rum durch die Gegend fahren, rein zoomen. Ich kann ganz runter auf den Boden und sogar quasi unter die Karte drunter. Und das ist natürlich ganz, ganz hervorragend. Also, da lässt sich halt wirklich jeder gewünschte Blickwinkel, jede Perspektive, die ich haben möchte, umsetzen. Und das ist halt wirklich nur grandios. Wir können das gerade hier an der Stelle mal laufen lassen. Das Ding einfach hier unten irgendwo einparken, GUI ausmachen und dann, meine Güte, einziges Manko ist halt, dass dieses Kästchen noch so ein bisschen im Bild ist. Aber ich glaube, das kann man wirklich vernachlässigen. Und dieses Fadenkreuz, ja, meine Güte, also kann ich auch ganz gut mitleben. Und ehrlich gesagt, fällt es auch nicht weiter auf, wenn man es nicht weiß, oder? Dann lassen wir das Ding einfach mal ein bisschen laufen. Oh, ich glaube, das ist... Das war gerade ein bisschen zu schnell. Haben wir gerade irgendwie einen Zug, der vorbeikommt? Das wäre jetzt natürlich... Ah, sehr schön, okay. Sah auch schmal ziemlich geil aus, muss ich sagen. Dann drehen wir uns nochmal rum. Ja, wunderbar. Also, wenn das keine coolen Bilder sind, oder, Leute? Also, da könnte ich auf ein paar Schmankerl freuen, würde ich mal behaupten. Also, ja, ich glaube fast, dass das größtenteils der Standard wird für alles, was ich unkommentiert filme. Bewegte Bilder, Serie und was ich irgendwie am Ende der Folge immer noch ganz gern dran schneide. Ich glaube, das ist schon deutlich besser, oder? Was meint ihr? Gerne schmeißt mir eure Meinung in die Kommentare. Aber ich glaube, da sind wir wahrscheinlich alle einer Meinung. Das schon mal als kleinen Ausblick auf das, was ihr in Zukunft hier zu sehen bekommt. Ich finde, das ist schon echt eine Qualitätssteigerung. Also, Hut ab. Vor wem auch immer. Ja, okay, vor Urban Games dieses Camera-Tool entwickelt haben und natürlich auch vor Train Gamer, der mich erst auf die Idee gebracht hat. Aber das ist schon eine ganz andere Nummer. Da können wir gerade mal... Wir können noch ein paar Brennweiten ausprobieren zum Ende der Folge. Jetzt finde ich natürlich das Kästchen... Wo ist denn das Kästchen jetzt hin? Ja, und aus solchen Perspektiven hier... Also, ich finde, das kann sich wirklich sehen lassen. Aber wenn wir jetzt mal hier die Brennweite ein bisschen ändern... Ein bisschen reinzoomen... 55 Millimeter... Das gefällt mir schon extrem gut. Also, damit kann ich mich richtig rumspielen und wirklich endlich mal genau die Perspektiven einfangen, die ich halt haben will. Also, ich habe ja schon immer oft so Sachen im Kopf. Einfach so Blickwinkel, wenn ich einen Bereich gebaut habe. Und ja, hier könntest du cool filmen, da könntest du cool filmen. Das gibt eine gute Perspektive. Und dann gelingt es halt oftmals doch einfach nicht so, weil ich halt nicht den richtigen Kamerawinkel hinbekomme. Und also, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wenn ich mir das hier so anschaue. Ja, doch. Das ist schon richtig cool. Okay, dann würde ich sagen, entlasse ich euch mit diesen Bildern, lasse den Zug hier noch rausfahren. Und ich würde sagen, ja, danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wo es weitergeht in der nächsten Folge, kann ich noch nicht genau sagen. Das passiert gerade aktuell so ein bisschen nach Lust und Laune. Ich habe ja ein paar Baustellen eröffnet. Wahrscheinlich werde ich noch am Flughafen ein bisschen weiter rumbasteln. Ich werde mich mit dem Camera-Tool ein bisschen auseinandersetzen für die Wochenendfolge. Ich werde möglicherweise in Erdingen schon mal ein bisschen weitermachen. Irgendwie so in der Richtung. Und ja, dann bin ich gespannt auf euer Feedback bezüglich Flughafenplanung und was ihr von den neuen Bildern hier haltet. Ansonsten bleibt nicht viel zu sagen, außer macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. bitte gehen. muito Sinn. �in